Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ist unter unsere Range gefallen. Wir befinden uns mittlerweile sogar unter der 29.000 US-Dollar-Marke. So richtig Druck kam hier aber noch nicht rein. Trotzdem, wir haben einen leichten Abverkauf gesehen. Sehen wir jetzt möglicherweise 27.000 US-Dollar. Werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update anschauen. Man muss aber auch mal dazu sagen, endlich tut sich mal wieder was. Ich habe die letzten zwei Tage, glaube ich, kein Video gemacht, weil sich einfach überhaupt nichts im Markt getan hat. Es hat sich einfach nichts gelohnt, irgendwie hier in irgendeiner Art irgendwie ein Update zu machen. Deswegen jetzt heute. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan 28.800 US-Dollar. Ihr seht hier schon, wir haben eine Bullish Divergence mittlerweile auf dem 4-Stunden-Chart gebildet. Ob die jetzt wirklich so nachhaltig ist, wage ich derzeit noch ein bisschen so zu bezweifeln. Wir sind immer noch in unserem grünen, sage ich jetzt mal, Order-Block. Dort, wo die Ineffizienz war. Dort, wo wir den meisten Support im Endeffekt hatten. Das sehen wir hier nochmal auf dem 1-Stunden-Timeframe. Also solange diese Zone hält, sieht es eigentlich noch relativ gut aus. Ich halte es sogar noch für möglich, dass wir so in diesem Bereich, ihr seht hier drüben, ich zoome mal ein bisschen ran, hier drüben so, dieses Tief hier, diesen 1-Stunden-Order-Block, den hätten wir vielleicht noch mal hier mit reintun sollen, bei ungefähr 28.700 US-Dollar, dass wir den vielleicht hier noch ganz kurz unterbieten, beziehungsweise kurz drunter wicken und dann möglicherweise erst nochmal eine Erholung sehen. Als Erholung sehe ich jetzt aber nicht, dass wir nochmal Richtung 30.4 oder Richtung 30k generell nochmal gehen, sondern eher, dass wir zumindest versuchen, hier wie gesagt ein tieferes Tiefnummer reinzumachen und dann eine kurzfristige Erholung Richtung 29.200 US-Dollar, beziehungsweise 29.100 US-Dollar zu sehen. Also das heißt, eine relativ kurzfristige Erholung, vielleicht sogar hier hoch 29.4, je nachdem, weil wir hier doch einen ordentlichen Abverkaufsdruck hatten. Aber so hier oben wäre jetzt erst einmal so die Zielrange. Sollten wir dann hier oben wieder rejected werden, gehe ich wie gesagt weiterhin stark, hoch, das wollte ich nicht, gehe ich weiterhin stark davon aus, dass wir Richtung 27.600 US-Dollar gehen, weil da unten einfach die meiste, ich sage jetzt mal, Ansammlung einfach ist. Wir haben einen neuen Monat, August, jetzt zu Monatsbeginn vielleicht so ein kurzer Abverkauf, einfach um die ganzen Longs nochmal rauszuspülen. Wer die Heatmap ab und zu anguckt, sieht auch weiter unten, liegt deutlich, deutlich mehr. Man braucht nicht unbedingt die Heatmap, aber ich sage es nur einfach dazu. Wir haben hier einfach eine größere Ineffizienz. Wir haben hier im Endeffekt den Start dieses Pumps, der uns hier oben dann wochenlang in diese Range reingebracht hat und hier liegt halt einfach noch eine Menge Stop-Loss rum und die sollten meiner Meinung nach noch gefischt werden, bevor wir überhaupt darüber nachdenken brauchen, dass wir die 32.400 US-Dollar nach oben hin durchbrechen. Das ist einfach hier oben unsere Bullenmarktgrenze. Solange wir hier nicht drüber kommen, kann es auch sein, dass wir im Endeffekt den ganzen Sommer, gut, halber Sommer ist rum, aber das sage ich mal bis Ende des Jahres hier oben noch ein bisschen rumgurken. Bis sogar runter bis 20k, das sind immer noch so die Ziele, die ich immer noch so ein bisschen in meinem Köpfchen drin habe. Klar, muss nicht kommen, aber einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das Mindestziel sind auf jeden Fall die 27,6, 27,5. Hier beginnt das Golden Pocket. Sollten wir hier dann eine Reaktion reinkriegen, das heißt eine bullische Reaktion. Mit einem Stop-Loss würde ich hier sogar relativ tief setzen unter 26.200 US-Dollar, weil wir hier eine ordentliche Ansammlung eben am Volumen haben oder mit zwei Orders werde ich dann gegebenenfalls noch bekannt geben und dann, dass wir hier eben die Trendwende sehen. Wir haben die Order bei 25k immer noch offen und die Idee momentan ist einfach, die hier unten zu verdoppeln und aber auch gleichzeitig nochmal eine kurzfristige Long-Position aufzumachen, weil es kann genauso gut sein, jetzt mal abgesehen, wir hatten gestern so ein bisschen Coinbase-News, ja Coinbase mal kurzzeitig nicht erreichbar, alle fanden den Safu, also safe wieder mal. Keine Sorge darum, aber hat mich eigentlich gewundert, dass da nicht vorher schon eine Reaktion kam. Aber gut, warum eine zweite Long? Weil einfach die Möglichkeit ist, dass wir einfach nur diesen Bereich hier oben dann einfach wieder testen, zwischen 28.7, wo wir uns jetzt befinden, bis ungefähr 29k und dann doch nochmal einen deutlichen Abverkauf sehen. Das ist jetzt aber alles nur provisorisch, aber wie gesagt, es werden wahrscheinlich zwei Long-Positionen dann geplant sein. Eine zum Verdoppeln von der großen bei 25k, das heißt neuer Entry dann ungefähr 26.1 rum, irgendwo hier unten drin und dann wahrscheinlich nochmal die gleiche Position, nur mit einer anderen Trade-Idee, also deutlich, deutlich kleineren Positionen dann auch in diesem Bereich. Das ist jetzt erstmal so grob der Fahrplan. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart rein. Schauen auch mal hier, hier haben wir eben noch keine Bullish Divergence klaufen, 4 Stunden Timeframe übergeordnet, ja, 1 Stunde noch nicht, deswegen würde es sehr, sehr gut passen, wenn wir hier eben nochmal ein tieferes Tief sehen. Ihr seht auch hier das Abverkaufsvolumen sehr, sehr stark. Also es würde mich nicht wundern, nochmal hier in den Bereich der 28.7, 28.6 runterzukommen. Wie gesagt, 1 Stunde Demandzone ist hier auch noch, bevor es dann Richtung 27.6 gehen würde, theoretisch würde es sehr, sehr gut passen, doppelter Boden und dann Abfahrt hier hoch, zumindest mal in diesen bearishen Orderblock, den wir dann hier oben drin haben. Also diese Supply Zone würde meiner Meinung nach sehr, sehr gut passen und sollten wir dann hier gegebenenfalls die Longdown triggern und die auch abgeholt werden, da können wir relativ eng Stop-Loss machen, weil ihr seht, es ist schon, ja, da ist halt eine riesengroße Ineffizienz da, dann irgendwie zu versuchen, hier einen Stop-Loss relativ tief zu setzen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Also relativ tighter Stop-Loss, heißt wahrscheinlich hier unten 28.4 rum mit 1% und das ist schon relativ viel. Auf jeden Fall sollten wir dann hier die Long triggern und hier oben dann würde ich dann sogar mit einer halben Positionsgröße nochmal einen Short probieren, mit auch relativ eng Stop-Loss, wobei der Stop-Loss dann hier relativ Wurst ist, weil wir die Long theoretisch da noch offen haben. Also das ist jetzt momentan so mal grob der Plan, den ich mir vorstelle für die nächsten Stunden. Gehen wir noch rüber zu Ethereum. Hier sieht es auch nicht gerade besser aus, nur hier sind wir endlich mal in diese grüne Box gekommen, aber so richtig viel hat sich auch nicht getan. Also klar, wir haben jetzt ein bisschen Bewegung reinbekommen, wir haben ein bisschen bearishen Order-Block jetzt reinbekommen beziehungsweise Order-Flow, aber so richtig ist da auch noch nichts passiert und ich warte irgendwie, ich habe es gestern schon in der Gruppe gesagt, ich warte noch ein bisschen so auf diese News, die kommen, um entweder einen kompletten Pump zu erzeugen oder einen kompletten Dump. Das sind so momentan einfach nur die zwei Dinger, ich warte irgendwie auf die News. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen paranoid bin, aber es kamen lange keine News mehr und jetzt würde einen ziemlich gut reinsetzen, jetzt nochmal so am Beginn August rein, um dann vielleicht nochmal welche auszuspülen oder vielleicht den Bus dann zu verpassen nach oben hin. Also nur so ein bisschen meine Gedankengänge. Auf jeden Fall Ethereum, gleiches Spiel, so ein bisschen auf Messer schneidet derzeit. Wie gesagt, dieser Block hier, der hält uns momentan noch ein bisschen im Support. Wir haben ein tieferes Tief minimal auf 4-Stunden-Basis gekriegt, ist jetzt aber auch noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Trotzdem, ich bleibe übergeordnet dabei. Wenn dann jetzt auch hier kurzfristig Erholung, 1.850, dann mindestens hier die 1.780, bestenfalls sogar die 1.735, weil auch hier haben wir eine Ineffizienz und es würde auch besser passen, wenn Bitcoin in Richtung 27.6 geht, würde dieser Bereich hier unten deutlich, deutlich besser passen, als dieses kleine Golden Pocket hier. Also rechne ich eher damit Ethereum 1.700, 35, 36 rum und dann müssen wir auch mal gucken, wie wir hier gegebenenfalls einen Trade reinmachen mit einem Stop-Loss, muss auf jeden Fall unter dieses Tief. Wären halt auch 3%. Müssen wir dann mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen noch hantieren können beziehungsweise zwei Orders reinmachen können. Aber das ist erstmal so ein bisschen grob der Plan. Müssen jetzt warten, was macht Bitcoin heute? Die traditionellen Märkte immer noch komplett on fire, also da irgendwie reinzuschorten, reinzuschorten sehe ich jetzt nicht ein. Ich habe ja sowieso gesagt, freitags und montags gehe ich ungern in solche Trades rein. Vielleicht kommt heute noch irgendwas, vielleicht kommt ja wirklich diese News, die uns wirklich mal einen kleinen Dump beschert. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal von mir. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen auf jeden Fall wieder. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Geht's hoch, geht's runter, schreibt's unten in die Kommentare rein. Das war es von mir, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.